Pommes sind lecker. Pommes mit Ketchup sind einfach himmlisch. Aber man bekommt nie die richtige Menge aus der Flasche. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir gar nicht merken, wie seltsam das Verhalten von Ketchup ist. Stell dir eine Ketchupflasche gefüllt mit einem Feststoff wie Stahl vor. Nicht einmal durchschütteln würde man ihn je herausbekommen. Stell dir nun die Flasche mit einer Flüssigkeit wie Wasser vor. Das läuft wie geschmiert. Ketchup jedoch ist eine Art Mittelding. Ist er fest oder flüssig? Die Antwort lautet, es kommt ganz drauf an. Die meisten Flüssigkeiten wie Wasser, Öle und Alkohole reagieren linear auf Krafteinwirkung. Wenn man doppelt so stark auf sie drückt, bewegen sie sich doppelt so schnell. Sir Isaac Newton erkannte dieses Verhältnis als erster, weshalb man von newtonschen Fluiden spricht. Ketchup allerdings gehört zu einer Reihe von Regelbrechern, den sogenannten Nicht-Newtonschen Fluiden. Mayonnaise, Zahnpasta, Blut, Wandfarbe, Erdnussbutter und andere Flüssigkeiten reagieren nicht linear auf Krafteinwirkung, denn ihre wahrgenommene Dichte ändert sich je nach Intensität, Dauer und Geschwindigkeit. Ketchup ist in zweierlei Hinsicht nicht newtonsch. Erstens, je stärker man auf ihn drückt, desto dünner scheint er zu werden. Unterhalb einer gewissen Druckkraft verhält er sich wie ein Feststoff. Aber ist die Schwelle überschritten, wird er ganz urplötzlich tausendmal dünner. Das kommt dir bekannt vor, nicht wahr? Zweitens, drückt man mit einer Kraft unterhalb des Schwellenwerts, fängt der Ketchup irgendwann an zu fließen. In diesem Fall ist jedoch Zeit, nicht Kraft, der Schlüssel, um den Ketchup aus seinem Gefäß zu befreien. Aber warum verhält sich Ketchup so seltsam? Nun, er besteht aus Tomaten. Zerquetschten, passierten, komplett zerstörten Tomaten. Siehst du diese winzigen Partikel? Das sind die Reste der Tomatenzellen nach der Verarbeitung. Diese umgebende Flüssigkeit besteht größtenteils aus Wasser, Essig, Zucker und Gewürzen. Im Ruhezustand sind die Tomatenteilchen gleichmäßig und zufällig verteilt. Übst du schnell eine schwache Kraft auf sie aus, kollidieren sie, können einander aber nicht ausweichen. Daher fließt der Ketchup nicht. Übst du aber sehr schnell eine starke Kraft auf ihn aus, werden die runden Tomatenteilchen zu kleinen Ellipsen zusammengepresst. Jetzt hat ein Teil der Teilchen genug Platz, um an den anderen vorbeizufließen und der Ketchup strömt. Was passiert, wenn man über sehr lange Zeit eine sehr schwache Kraft ausübt, weiß man hingegen nicht genau. Die Tomatenteilchen an den Flaschenwänden werden hierbei wohl langsam in die Mitte gedrückt, sodass die sie umgebende Flüssigkeit, letztendlich einfach Wasser, am Rand zurückbleibt. Dieses Wasser wird zum Schmiermittel zwischen der Flasche und dem Ketchupfropf in der Mitte und lässt ihn herausfließen. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Teilchen langsam in kleine Gruppen ordnen, die dann aneinander vorbeifließen. Wissenschaftler erforschen noch, wie Ketchup und ähnliche Flüssigkeiten funktionieren. Ketchup wird bei zunehmender Krafteinwirkung dünner, aber andere Substanzen wie in Wasser gelöste Stärke oder Erdnussbutter werden dadurch fester. Andere können an rotierenden Stangen hochklettern oder aus einem Gefäß ausfließen, sobald sie einmal in Gang gebracht wurden. Aus physikalischer Sicht ist Ketchup jedoch eines der kompliziertesten Gemische. Noch dazu kann das Verhältnis der Zutaten und die Verwendung von natürlichen Verdickungsmitteln wie Xanthan, das auch in vielen Getränken enthalten ist, dazu führen, dass sich zwei verschiedene Ketchups ganz anders verhalten. Die meisten weisen jedoch zwei Grundeigenschaften auf. Plötzliche Verdünnung bei einer bestimmten Krafteinwirkung und allmähliche Verdünnung, wenn diese gering und lang andauernd ist. Ketchup bekommt man also auf zwei Arten aus der Flasche. Durch langes, langsames, kontinuierliches Schütteln oder indem man einmal sehr, sehr fest auf die Flasche schlägt. Profis lassen den Deckel auf der Flasche, schütteln sie kurz und kräftig, um die Tomatenpartikel zu aktivieren und gießen den Ketchup dann kontrolliert auf ihre himmlischen Pommes. Wenn wir uns schon wichtigen Themen widmen, etwa warum sich Ketchup so schwer ausgießen lässt, lautet eine wichtige Frage, warum sich inkompetente Menschen für genial halten. Finde es in diesem Video heraus und abonniere unseren Kanal, auf dem wir die großen Fragen des Lebens stellen und beantworten.